Ich mache schon seit so ein paar Jahren E-Commerce, ich bin Oxit sehr verbunden. Damit bin ich nämlich eingestiegen in E-Commerce als Oxit-Partner im Agenturbusiness. Jetzt bin ich schon im elften Jahr bei Airconner und beschäftige mich seither mit so nerdigen Themen wie Datenakquise, Messung, Analyse, Berechnung von Produktempfehlungen und jetzt auch seit zwei, drei Jahren ungefähr mit dem Thema Personalisierung. Zusammen, Philipp darf ich dich vorstellen, dann geht es schneller, würden wir jetzt die nächsten ungefähr 15 Minuten nutzen, euch das Thema nahezubringen, zusammen mit meinem lieben Kollegen Philipp. Philipp ist bei uns der Entwicklungsleiter vom Team Personalisierung. Also unsere Personalisierungslösung wird federführend entwickelt vom Philipp. Wir haben jetzt schon ganz viel so Rocket Science Zeug gehört. Ich möchte ein bisschen mit euch den Einstieg jetzt mal in die Praxis schaffen mit, ich hoffe es gelingt euch, drei Minuten analog. Dann werden wir wieder digital. Der Philipp wird ein bisschen erläutern, wie funktioniert denn das genau inhaltlich und dann ist der Gigi-Nummer dran und der zeigt euch, wie man das mit einem Oxid-Shop super machen kann. Analoges Beispiel, ich brauche jetzt drei Minuten eure Fantasie. Stellt euch folgende Situation vor. Ihr möchtet euer Wohnzimmer neu einrichten. Habt ihr es? Ihr möchtet euer Wohnzimmer neu einrichten. Eine Couch habt ihr gesucht, die habt ihr auch schon gefunden. Im Möbelhaus. Ganz analog, ihr seid ins Möbelhaus gegangen. Eine Woche später fällt euch auf, Mist. Irgendwie ist das Wohnzimmer noch ganz schön leer. Ich brauche eine coole Lampe. Die habt ihr noch nicht. Aber ihr möchtet gerne eine neue Lampe kaufen. Jetzt geht ihr wieder ins gleiche Möbelhaus. Steht bei den Lampen. Der Berater erkennt euch wieder, kommt auf euch zu und sagt, hey, wie sieht es denn aus? Ja, ich brauche eine neue Lampe für mein Wohnzimmer. Und da macht der Berater jetzt folgendes. Er nimmt euch an die Hand und zeigt euch die neuen Couch-Modelle, die reingekommen sind. Habt ihr das Bild so? Habt ihr euren Gesichtsausdruck? Was würdet ihr denken über das Möbelhaus und über den Berater? Würdet ihr da denken, wow, geiles Möbelhaus. Hier fühle ich mich gut aufgehoben? Vermutlich nicht. Wenn ihr das Bild habt, wechseln wir wieder ins Digitale. Euren Kunden, denen ist das total egal, zu was ihr technisch in der Lage seid. Der möchte einfach nur einen Bedarf gestillt bekommen. Der möchte gut beraten werden. Und vor allen Dingen möchte er kaufen. Ich möchte diese Lampe kaufen. Und dazu geben Kunden Hinweise. Im digitalen Umfeld gebe ich Hinweise, indem ich einen Online-Shop besuche, eine Landingpage besuche. Ich gebe Hinweise, indem ich mit Werbemitteln off-site interagiere. Und wenn es möglicherweise POS, also eine Filiale gibt, habe ich da auch schon mal interagiert. Und da habe ich irgendwie sozusagen Spuren hinterlassen. Bei unserem analogen Beispiel von gerade war es halt, ich war schon mal dort, ich habe die Couch schon gekauft, die steht schon in meinem Wohnzimmer und jetzt brauche ich eine Lampe. Jetzt habe ich mir mal ein paar Beispiele angeschaut. Jetzt habe ich mir mal ein paar Beispiele angeschaut. Jetzt war ich mal in einem digitalen Möbelhaus. Wer es ist, ist völlig egal, ist glaube ich ein recht großes digitales Möbelhaus. Und da habe ich eingekauft. Das war wirklich ich. Habe schon mal eingekauft und jetzt interessiere ich mich für eine Lampe. Was habe ich eingekauft, könnt ihr nicht wissen. Ich habe eingekauft einen Stuhl, eine Couch, einen Schreibtisch und einen Schrank, den habe ich aber wieder retourniert. Ist egal. Ich interessiere mich jetzt aber für diese Lampe und diese Lampe habe ich mir jetzt in den Warenkorb gelegt. Genau wie bei unserem analogen Beispiel. Das habe ich schon. Die Lampe habe ich aber nicht gekauft, weil ich erst heim muss. Die Männer unter euch, ihr kennt das, ich muss erst die Frau fragen. Gefällt dir auch die Lampe? Ich kriege sonst voll eins aufs Dach. Bekomme ich abends eine E-Mail, die ist irgendwie ganz cool, da steht nämlich dran, hey, gute Wahl. Schöne Lampe, jetzt musst du sie nur noch kaufen. Ach übrigens, unsere Lieblingsprodukte für dich, eine Couch, Stühle, Möbelhaus. Dann habe ich gedacht, okay, gucke ich mir doch mal noch so einen anderen Versandhändler an. Ich glaube, der ist auch, achso, ich habe auf die Mail geklickt und dann war ich wieder sozusagen an der Tür, hatte immer noch keine Lampe. Habe ich mir noch so einen anderen Versandhändler angeguckt. Ich glaube, der macht auch ein ganz gutes Geschäft. Der hat mir eine Mail geschrieben zu Ostern und hat gesagt, hey Christian, Ostern, Osterangebote, Hammer. So ging die Mail los und drunter wurden mir dann Angebote präsentiert. Was ich weiß, was der Händler meines Vertrauens wahrscheinlich auch weiß, habe ich schon, habe ich da gekauft. Habe ich schon, gibt es nur da, habe ich schon, gibt es nur da. Aber ich gehe gern wandern. Habe ich gedacht, cool, wandern, was zu trinken, braucht man. Klicke ich drauf. Sitzt ihr fest im Stuhl? Klicke drauf, was passiert? Das war ein Tag später. Warum sage ich euch das? Also ich will hier keinen dissen. Das sind jetzt irgendwie relevante Beispiele von großen Online-Händlern, wo man eigentlich denken würde, die haben es fett drauf. Und da komme ich eh nicht hinterher mit dem, was ich so an Budget habe, an Know-how habe, an Mitarbeitern, an Ressourcen. Das stimmt nicht. Da gibt es auch noch Potenzial bei den großen Versandhändlern. Und da könnt ihr echt einen Unterschied machen. Wir haben das in einem initialen Vortrag zu diesem Slot gehört. Es kommt auf die Daten an. In den Daten steckt das Wissen über eure Kunden. Das, was der Verkäufer analog im Gehirn hat, der hat euch schon mal gesehen, der sagt, hey, Christian, man freut sich. Das kann man auch digital abbilden. Und das müssen wir auch digital abbilden, um da weiterhin ein gutes Business machen zu können. Wie wir das machen oder wie man das machen kann digital, das kann der Philipp deutlich besser erklären als ich. Das kann man auch digital abbilden.